Okay, das war's schon. Wir sammeln ein, was über ist. Und hauen auch kaputt, was über ist. Was kostet eigentlich die Stufe 4 von dem komischen Ding? Also überzeugt bin ich davon noch nicht, aber laut Internet, und das Internet lügt ja nicht, ist das hier die stärkste Laffe. Ich bin gespannt. Fische im Eis. Hallo, tschüss. Und wir sammeln irgendwas ein. Endloser Gang. Vollzähne! Pelikan! Und bestimmt ein... Oh, ein Pils. Wo sind wir? Hallo? Ach, hier oben, okay. Und da ist eine Erinnerung. Also im letzten Kapitel haben wir nicht alle Erinnerungen gekriegt, aber nicht alle Flaschen, aber... Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Chris Widless könnte bisher noch jede Gen-Flasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pens und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast Angst tun. Hm. Schnaps macht eloquent. Okay, das hier auch kaputt. Hauen. Bam. Nein. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, das Ding zu benutzen. So. Wir gehen jetzt Richtung... Keine Ahnung. Und zerstören da, weiß ich nicht. Ne? Ist da Bescheid. Okay, hier lieber nicht. Dann nehmen wir das da. Wir fahren uns da durch. Okay, hier geht's auch runter. Ähm. Keine Ahnung, was wir jetzt nehmen. Was besser ist. Wollen wir mal da drauf fahren. Und da einfach runter. So. Speichern. Okay. Das sieht, äh... nach ins Gesicht aus. Aber wir haben jetzt ein super schwarzes Monsterpferd in der Hand und das kloppt eigentlich alles kaputt. Hoppen wir. Hoffe ich zumindest. Schweineschnauze. Iiiiggendwo hier. Äh. Komm da an. Suchen wir aber noch. Okay, ich höre sie. Und sie ist... Wo ist sie denn? Ich muss mal grad mein... Tonlauto machen. Wo ist sie denn? Hallo. Hm. Äh. Ja, super. Okay, hier ist ein P... Scheiße. Okay, das war... Hardcore gefailt. Und ich will eigentlich wieder zurück. Äh, Leute. Scheiße, ey. Ja, gut. Okay, kann ich nichts erinnern. Tut mir leid. Und hier ist Feuer. Und... Ja. Ähm. Ja, tut mir leid. Ich wollte eigentlich... Die Schnauze holen. Und ich wusste nicht genau wofür der P... 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 Da... Ist... Riesenrutschpartie. Äh... Okay. Ja. Müssen wir... Andersmal machen. Oder wie kommen wir da nochmal hin? Ich hab keine Ahnung. Wenn ihr es mal selber spielt. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Pfff. Wäre schade. Ne, ich find's blöd. Und auch, dass ich nicht zurückkomme. Das ist echt... Äh... Kacke. Ja. Nase putzen. Okay, wir gehen weiter. Können wir nicht ändern. Ich hab so keine Lust dafür. Schweicher... Wow. Stand zu laden. Okay. Da ist schon... Waaah. Dicker... Alter. Ja. Wir übertreiben es ein bisschen. Aber... Ähm... Wir schaffen das schon. Erstmal die kleinen da... Okay. Wir sind gleich in der Haserei. Also Hysterie. In dem Fall. Oh. 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 Ahhhh. Oh. Okay. Oh. Okay. Jetzt kommt mich gerade was raus gekommen. Oh ja. Noch so ein kleiner. Okay. Er gibt uns ein Herz wenn wir es einsammeln können. Und wir nicht... Und wir gehen in den Todesmodus. Hau dich kaputt. Oh, du bist ja zu tot. Ich stirb jetzt. Endlich. Machen kaputt. Machen kaputt. Machen kaputt. Machen kaputt. Yo, sieht auch gut aus. Yay, hat so ein bisschen was vom Stern in Super Mario, aber wesentlich cooler. Mit mehr Gewalt und so. Ja, ich mag das. Ich mag das. So, Hammer. Magisches, goldenes Türchen. Schneckenhaus. Okay. Ah, ein Geheimgang. Bam. Hallo. Ich klopf mal vorsichtig an der Tür und guck mal, wer da ist. Ich geh nicht rein. Ähm, Rätsel. Oh, Alice, ribbel mir das Rätsel auf. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Hm. Äh, tsch, 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 tsch. Ich bin für das. Aber nein, versuch's nochmal. Am Tage stopft man ihnen das Maul. Nachts stehen sie vom Bett und gehen faul. Äh, äh. Ja. Ja. Spielst du jetzt die unterbelichtete? Kaltes mach ich warm. Heißes mach ich kalt. Reich hat mich und arm. Wer lang mich hat, wird alt. Äh, Atem. Wer bin ich? Wooo. Du erstaunst mich immer wieder. Ja, eins von drei ist auch ganz gut. Oh, Rosenfarbe. Hä? Äh, äh. Ja. Äh, ganz genau. Hier geht's hoch. Ja, ich hab keine Ahnung, was das war. Äh, ja. Nö, kein Plan. Jetzt geh dahin. Oh, wir sind beim Schiff. Bald. Naja, dauert noch. Ein bisschen. Ähm. Gut. Aber ich denke, das machen wir erst beim nächsten Mal. Und haben dann Spaß. So. Erstmal auf Wiedersehen und bis dann. Ciao, ciao. Und da Gott. uin. Schön. Ja.